So, keine neue Folge von Jungen Naiv, sondern Spezialausgabe. Wir reden über die Berlinale. Kira ist unsere Gästeredakteurin, sie arbeitet seit über drei Jahren hier und du besorgst so die ganzen Namen, die mir vor die Flinte kommen, die wir ja ausfragen, ne? Ganz genau. Die Leute, die normalerweise auf dem Stuhl sitzen, sitzen da, weil ich mich drum gekümmert habe, mehr oder weniger. Danke dafür. Kira ist jetzt zum ersten Mal vor der Kamera, weil wir uns gedacht hatten, wir erzählen euch mal von unseren Erlebnissen bei der Berlinale. Warum sind wir zu Berlinale gegangen? Magst du etwa Filme? Ja, ich schaue aber eigentlich erstaunlich weniger als du, würde ich mal vermuten. Nichtsdestotrotz dachten wir, wir schauen da mal vorbei. Jeder redet drüber. Ja. Wir dachten uns, wir gucken mal, wie viele Filme wir überhaupt schaffen uns anzugucken. Mich haben jetzt eher so die Wettbewerbsfilme interessiert. Es laufen ja neben den Filmen, die quasi um den Preis, den großen Preis der Berlinale in Goldenen Bären konkurrieren, noch viele andere Filme, gibt ja noch viele so Doku-Reihen, Spezial-Sachen und so weiter und so fort. Ganz viele Nebenkategorien. Die Sortierung ist auch immer ein bisschen verwirrend. Ich glaube, da steigt niemand ganz durch. Ja, es ändert sich auch jedes Jahr. Im Grunde werden dort tausend Filme in zwei Wochen gezeigt. Wie viele haben wir jetzt geschafft? Ich habe nur zwei geschafft. Aus dem Wettbewerb, wie viele hast du geschafft? Aus dem Wettbewerb habe ich vier geschafft. Nee, drei. So verwirrend sind nämlich die Kategorien. Drei. Ja. Auch gleich der Spoiler. Wir haben den Siegerfilm nicht gesehen. Beide nicht gesehen. Jetzt musst du aber kurz erklären, warum wir das nicht geschafft haben. Also erstens gibt es halt manchmal Zeiten, wo wir arbeiten, wo wir Interviews führen müssen und so weiter, wo dann gerade eine Premiere läuft oder irgendwie die Pressevorführung. Und andererseits ist es ja nicht so, obwohl wir quasi als Journalisten aggretiert waren, dass wir uns auf einmal in jeden Film reinsetzen können, oder? Genau. Wir mussten trotzdem Tickets buchen. Einen Tag später als das normale Publikum, aber auch über einen Online-Shop mit Warteschlange. Und dementsprechend war es auch genauso schnell weg wie beim normalen Publikum. Wann mussten wir dafür aufstehen? Ich aufstehen um 7.30 Uhr. Morgens. Morgens, ja. Dementsprechend haben wir nur einen Bruchteil von den Filmen gucken können, die uns interessiert haben. Journalisten sind aber manchmal fleißiger, als man denkt, es sind so viele Leute um 7.30 Uhr aufgestanden, dass halt ganz oft die Tickets weg waren, bevor wir zuschlagen konnten. Dementsprechend haben wir eine sehr random Auswahl von Filmen. Genau. Und wir sind ja keine Filmkritiker oder Kritikerinnen. Das ist nicht unser Hauptjob. Wir haben einfach nur gedacht, okay, wir sind eine politische Sendung. Und die Berlinale hat ja auch immer wieder einen politischen Anspruch. Ich meine, die Berlinale ging schon im Vorfeld in der Presse rum, weil erst AfD-Politiker aus Berlin eingeladen wurden. Indirekt eingeladen muss man sagen. Es gab ein Ticket-Kontingent für Bundestagsabgeordnete und da haben sich Leute von der AfD ein Ticket gebucht. Also die waren nicht namentlich von der Berlinale eingeladen. Aber dann wurden sie trotzdem ausgeladen wieder? Ja. Richtig so. Das war vor der Berlinale, jetzt nach der Berlinale. Gab es auch wieder medialen Shitstorm. Hast du das mitbekommen, wofür? Weil bei der Preisverleihung eines Preises in der Nebenkategorie, ich glaube Dokumentation, der Preis an einen Dokumentarfilm von einem israelischen Filmemacher in Zusammenarbeit mit einem palästinensischen Filmemacher geerbt wurde. Juwal, Abraham und Basil Adra, ja. Danke. Die ihre Zeremonie oder ihre Verleihung dafür genutzt haben, auf die desolate Situation der PalästinenserInnen aufmerksam zu machen. Ja, sie haben es gewagt, einen Waffenstillstand zu fordern im Rahmen des Gaza-Kriegs. Sie haben, der Palästinenser hat gefordert, dass es keine Waffen mehr, deutsche Waffen an Israel geben soll. Andere Filmschaffen haben an dem Abend auch Kritik am Gaza-Krieg geübt, haben den Genozidvorwurf, den Südafrika, jetzt gerade am Den Haager Internationalen Strafgerichtshof verhandeln lässt, vorgetragen. Auch von Apartheid war die Rede. Man muss auch sagen, niemand hatte den 7. Oktober und den Das Hamas-Massaker erwähnt. Trotzdem würde ich jetzt sagen, dass eine Kritik am Gaza-Krieg keine Waffen mehr, keine Waffenlieferung mehr zu fordern und einen Waffenstillstand zu fordern, von all diesen Menschen legitime Meinungsäußerungen sind, die nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Hat ja noch weniger mit den PalästinenserInnen zu tun, als ich am Anfang gesagt habe. Es ging ja nicht mal um die desolate Situation der PalästinenserInnen, sondern um die Gesamtsituation, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Na gut, es ging um Gaza-Krieg, es ging aber auch um den Apartheids-Vorwurf, den viele, auch NGOs in Israel machen, in der Westbank. Aber das sind nicht alles faktische Sachen, über die man reden kann und die nicht unterdrückt werden sollten in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft. Und dementsprechend ist das schon ziemlich bizarr, was jetzt seit dem Wochenende wieder medial abgeht. Und wie dadurch der Kampf gegen Antisemitismus verwässert wird und dem auch schadet. Weil das, was dort im Nahen Osten insbesondere seit dem schrecklichen Massaker der Hamas am 7. Oktober abgeht, in der Westbank und insbesondere in Gaza durch die zigtausenden Toten. Das wäre ja krass, wenn das Künstler und Künstlerinnen nicht ansprechen würden. Das zieht sich ja durch die Geschichte. Vor allen Dingen, wenn sie einen Film darüber gedreht haben, über diese Thematik und dafür einen Preis bekommen. Und die Berlinale ganz, ganz viele Filme dazu gezeigt hat. Wenn das nicht dann auf der Bühne thematisiert wird, wäre die Lücke extrem groß gewesen. Aber wir wollen ja euch, ach so? Eine letzte Sache müsste man noch dazu sagen. Am bizarrsten wurde es wahrscheinlich ganz am Ende am Sonntagabend, als dann nämlich der Berlinale Instagram-Account der Sektion Panorama gehackt wurde. Also mit, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 15.000 Followern. Genau. Und da dann, was wurde gehackt? Genau, er wurde gehackt, der Account. Es gab antisemitische Bild-Textbeiträge und das Berlinale-Logo in Bezug auf Nahostkrieg. Die Berlinale hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und das völlig zu Recht. Also diese antisemitischen Sachen sind natürlich zu verurteilen und müssen auch aufgeklärt werden. Aber was auf der Bühne passiert ist, das ist legitime Meinungsäußerung. Muss einem nicht gefallen, aber wenn es um Krieg und Frieden geht, sollte man das auch in Bezug auf Israel und Palästina tolerieren. Die Leute gucken jetzt aber zu, weil sie von uns knallharte Filmkritiken haben wollen, Kira. Ich habe zwei Filme geschafft, mir aus dem Wettbewerb anzugucken. Zum einen Paper und zum anderen Black Tea. Du hast wie viele insgesamt gesehen? Insgesamt sechs Filme und drei aus dem Wettbewerb. Welchen hast du zuerst gesehen? Reden wir mal über den ersten. Zuerst habe ich in Liebe eure Hilde gesehen. Worum geht es und wie fandest du den? Also es erzählt die Geschichte von Hilde. Hilde war Widerstandskämpferin. Also es beruht auf wahren Begebenheiten. Hilde war Widerstandskämpferin. Der Film beginnt damit, wie sie festgenommen wird, aufgrund dieser Tätigkeit. Begleitet dann ihren kompletten Prozess in der Haft. Was am Ende kommt, werde ich mal nicht sagen. Spoiler. Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Achso, genau. Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Genau. In dieser Zeit, wo ihre Haft oder in diesen Sequenzen, wo ihre Haft gezeigt wird, gibt es auch immer wieder Rückblenden, wo es darum geht, wie es dazu gekommen ist, wie das alles entstanden ist. Sie war natürlich nicht alleine in dieser Widerstandsgruppe. Hauptsächlich bestand sie aus vier Leuten, unter anderem ihr Mann, mit dem sie dann auch einen Sohn bekommt. Den bekommt sie auch in Haft. Ich hoffe, das ist nicht gespoilert, aber kann man sich denken, wenn eine hochschwangere Frau ins Gefängnis kommt. Warum hast du jetzt eigentlich Angst vor Spoilern? Ja, ich finde Spoiler persönlich ja gar nicht schlimm, aber werde von meinem ganzen Umfeld immer dafür gerügt. Du kannst ja so machen, du kannst ja über alles reden und einfach vorher sagen, okay, das ist jetzt ein Spoiler, dann können die Leute uns drei Sekunden vorspulen oder so. Kluge Idee. Ähm, Funkgerät. Hätte ich es dir doch nicht zeigen sollen? Doch. Doch. Für Nachrichten. An die Freunde. Den sowjetischen Geheimdienst? Der Kontakt kam mir bei Aero. Die wollen Informationen von ihm aus dem Luftfahrtenministerium. Was für Informationen? Das war blöd von mir. Ich will dich da nicht reinziehen. Was für Informationen? Na, wo Hitler aufmarschiert? Mit welcher Truppenstärke? Wann er angreift? Und so weiter. Die Sowjetunion angreift? Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wie kann ich dir helfen? Genau. Die Hauptrolle von Hilde wird gespielt von Liv Lisa Fries. Die kennt man wahrscheinlich. Die kennt man aus Babylon Berlin. Thilo. Nein. Okay. Dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Hat auch, glaube ich, meinen deutschen Filmpreis bekommen. Keine Ahnung. Ich mochte den Regisseur Andreas Dresen, ne? Mhm. Genau. Insgesamt fand ich den Film aber, obwohl Andreas Dresen ja immer sehr, sehr gelobt wird, ein bisschen lasch, um ehrlich zu sein. Vielleicht lag es auch daran, dass wenn man an einen Film über WiderstandskämpferInnen denkt, automatisch etwas Heroisches damit verbindet. Ich fand, der Film hatte nichts Heroisches. Das war einerseits ganz erfrischend. Und es war so eine sehr nüchterne Erzählung davon, wie man in diesen Widerstand gekommen ist damals auch. Ohne großen Pathos, ohne die größte Idee. Die haben ganz klein versucht, im Rahmen dessen, was sie konnten, möglichst viel Widerstand zu leisten. Das war irgendwie ein sehr ungewohnter Blick, wenn man den Film über das Stauffenberg-Attentat geguckt hat oder sonst irgendwas. Das war irgendwie erfrischend. Hat es aber auch sehr nüchtern und trocken gemacht. Es war ein Drama. Es war jetzt keine Komödie oder irgendwas. Ja, und trotzdem hatte man das Gefühl, irgendwie sind alle Menschen aus Versehen in dieser Situation gepurzelt. Es ging wenig um deren Motivationslage. In dieser Zeit, wo Hilde Widerstandskämpferin wurde, hat sie ihren Mann kennengelernt. Zwischendrin hatte ich kurz die Befürchtung, sie ist einfach Widerstandskämpferin geworden, um ihrem Mann zu gefallen. Dass überhaupt dieser Eindruck entsteht, zeigt vielleicht ein ganz bisschen, wo da die Lücken waren. Man hat auch das Gefühl gehabt, zwischendrin, sie hat gar nicht genau verstanden, was sie da gemacht hat. Kann sein, dass mein leidenhaftes Auge das nur nicht erkannt hat, aber das war das, was mir gefehlt hat. Es muss nicht immer heroisch sein, es muss nicht immer pathos sein, aber ich möchte auch nicht den Eindruck haben, dass eine Frau Widerstandskämpferin wird, um einem Mann zu gefallen. Das klingt ein bisschen wie aus dem letzten Jahrhundert. Die Leute wollen ja so wissen, wenn der Film in die Kinos kommt, sollen sie sich da angucken, oder nicht? Auf jeden Fall. Ich würde ihn trotzdem schauen. Ich finde, es ist erfrischend, dass es, wie gesagt, mal eine andere Herangehensweise ist. Der Film ist sehr ruhig erzählt. Die Figuren leiden. Das sieht man, beschäftigen sich damit, aber danach hat man das Gefühl, genau so kann es einem passieren. Das ist vielleicht eine Anleitung zu einem Widerstand, der nicht immer heroisch sein muss, sondern so, dass jeder das macht, was er kann. Ja, ich hatte Pepe gesehen. Das ist ein Film aus, ich weiß gar nicht jetzt vorher, also produziert wurde in der Dominikanischen Republik, Namibia, Deutschland und Frankreich. Das ist ein Film von Nelson Carlson de los Santos Arias. Das ist ein Film aus, ich weiß gar nicht, was er kann, was er kann, was er kann, was er kann, was er kann. Das ist ein Film aus, ich weiß gar nicht, was er kann, was er kann, was er kann. Das ist ein Film aus, ich weiß gar nicht, was er kann, was er kann, was er kann. Und Pepe ist ein Flusspferd, ein Nilpferd, das verstorben ist, beziehungsweise getötet worden ist und der Film handelt aus Sicht des getöteten Nilpferdes. Das hat quasi Retro-Perspektiv sein Leben nacherzählt. Er ist sehr Arthouse-mäßig gewesen mit langen, wirren Einstellungen und verschiedenen Perspektiven aus Westafrika, wo es anfangs gelebt hat, wie es dann von Pablo Escobars Leuten nach Kolumbien verfrachtet worden ist, wie es dort angekommen ist und wie es dann dort mit anderen Nilpferden gelebt hat. Und Pepe, so wurde es quasi von den kolumbianischen Medien damals getauft, weil irgendwann ist es aufgetaucht und hat irgendein Bauern oder Angler an Anführungsstrichen angegriffen und dann wurde ein Jagd gemacht auf dieses Nilpferd. Und das siehst du halt immer wieder, du hast auch mal viele Comic-Sequenzen da gehabt und wie gesagt, das Tier ist der Erzähler und hat aus seinem Leben berichtet und der Clou, das habe ich aus dem Nachhinein dann verstanden, dieses Nilpferd war das erste und einzige, das jemals auf dem Nord- bzw. Südamerikanischen Kontinent getötet worden ist, in all der Zeit, weil es gibt ja keine Nilpferde, Nilpferde gibt es ja nur in Afrika. Ja, aber hat, Entschuldigung, kam wahrscheinlich nicht im Film vor, aber hat Pablo Escobar nicht zig Nilpferde importiert und gibt es da nicht eine Nilpferd-Plage? Das weiß ich nicht, ob es eine Plage gibt, Pepe war jeweils nicht das Einzige. Es gab, glaube ich, eine Handvoll und ja, darum ging es zwei Stunden und das war jetzt auch irgendwie nicht so anklagend, dass das Nilpferde den ganzen Tag erzählt hat, so, äh, die bösen Menschen haben mich getötet, sondern es war eher so, hm, so laufe ich durch die Gegend und das Leben ist doch schön. Es war in verschiedenen Sprachen, es wurde teilweise Spanisch geredet, dann irgendwie Afrikaans, natürlich, äh, französisch auch, es gab auch eine Sequenz, äh, mit einem Deutschen, beziehungsweise, äh, einem deutschen Bus mit Safari-Gästen, wo dann quasi der, der deutsche Reiseleiter auch so rassistische Kommentare gemacht hat, äh, weil die waren auch so eine Safari, wo sie in Afrika Nilpferde gucken wollten. Und er hat dann auch so den Deutschen gesagt, ja, hier redet man nicht mit den Einheimischen, äh, bloß nicht, äh, die erzählen euch ja irgendwas von Pferd und so weiter, also nicht von Nilpferd, aber, ähm, äh, haltet da bloß mal Abstand. Und, ja, es war also ein grotesker Film, äh, ich würde sagen, es war auf jeden Fall keine Komödie, äh, ich will den Film, glaube ich, auch nie wieder sehen, äh, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der gut war und anhand dessen, wie ich es gerade versucht habe zu erzählen, das ist auch sehr, sehr merkwürdig. Hättest du den Film besser gefunden, hätte das Nilpferd einen kritischeren Geist gehabt? Also, es war schon eine Art von Kritik dabei, aber du hast, du hast halt nie wirklich, äh, meiner Meinung nach verstanden, worauf der Film halt hinauslaufen wollte, außer, dass du halt am Anfang gewusst hast, okay, das Nilpferd, was da gerade das erzählt, ist tot. Und im Grunde konnte man sich dann natürlich schon denken, okay, das läuft darauf hinaus, dass es, äh, irgendwie erschossen oder getötet wird. Aber wenn es das einzige Nilpferd war, was, ähm, getötet wurde, ähm, ist, hat Pepe dafür gesorgt, dass nie wieder Nilpferd getötet wurde oder, äh, hat das damit gar nichts zu tun? Das weiß ich nicht, das erzählt der Film auch nicht. Also, der Film, Spoiler, endet mit der Tötung des Nilpferdes. Ich glaube, du hast schon die ganze Zeit gespoilert, um ehrlich zu sein ein bisschen, aber gut. Ich empfehle auch niemandem, den Film zu gucken. Dementsprechend spoiler ich, ja. Vielleicht, ja. Ich erspare Spoiler. Ja, ich fand den Film, ähm, weird, aber offenbar hat die Jury das anders gesehen. Der Film hat jetzt keinen, hat nicht den Goldenen Bären für den besten Preis bekommen, aber, ähm, Nelson Carlo de los Santos Arias hat, äh, die beste, den Preis für die beste Regie bekommen. Sehr interessant. Er musste ja auch ein Nilpferd, äh, dirigieren, oder nicht? Sah man Pepe eigentlich? Ja, ja, du siehst die, du siehst Nilpferde die ganze Zeit, du siehst aber sie in ihren natürlichen Umgebung und wie sie einfach natürlich, äh, agieren. Ähm, da war jetzt, glaube ich, kein, äh, kein trainiertes Nilpferd vonnöten. Ja. Sind ja auch die gefährlichsten Raubtiere Afrikas oder sowas? Oder töten die meisten Menschen? Nilpferde? Nilpferde sind saugefährlich. Also Nilpferde sind Pflanzenfresser. Äh, ja, aber wenn sie deinen Kopf mit einer Melone verwechseln. Also ich meine, Nilpferde sind viel gefährlicher, als man denkt. Also auf jeden Fall waren Pablo Escobars Menschen, ähm, deutlich gefährlicher. Glaube ich. Äh, hält auch an, die Gefahr, im Vergleich zu der Nilpferd-Gefahr. Ja. Also der erste Film, den ich gesehen habe, war aus meiner Sicht ein Reinfall. Pepe, könnt ihr euch sparen. Vielleicht läuft es ja irgendwann mal auf irgendeinem Streaming-Anbieter, könnt ihr ja mal reingucken. Vielleicht muss man irgendwelche Drogen dafür nehmen, dann ist es, dann kommt er besser. Welchen, welchen, welchen Wettbewerbsfilm hast du bei, äh, als nächstes? Schau Teil 2 für unsere Drogenempfehlung zum Film, nein, Scherz. Ähm, Wettbewerbsfilm, jetzt kommt, äh, der Film, den ich euch nicht empfehlen werde, nämlich L'Empire. Ähm, das Reich, das Imperium, mehr oder weniger. Äh, bei Imperium klingelt es auch bei den meisten, nämlich irgendwie Star Wars. So, darum geht's auch. Was? Kind of, also es geht um aus, äh, außerirdische Mächte, nämlich zwei Imperien, die verfeindet sind, die Menschen besetzen. Irgendwelche Menschen, zufällig alle, wohnen in dem gleichen Fischerdorf in Nordfrankreich, ähm, und durch die durch agieren. Der Film ist genauso skurril, wie das klingt. Ähm. Ist das ein Sci-Fi? Es ist eine Sci-Fi-Komödie. Ich muss sagen, das Letzte, was ich den Film fand, war lustig. Also, es gab so, vielleicht so zwei Slapstick-Momente, wo man mal lachen musste, aber eigentlich nur, weil es so dämlich war und nicht, weil es so lustig war. Er ist in seinem Freund. Sir, hier sind wir endlich bei uns. Ne warten wir nicht. Wir livern uns die Bataille für die cause, die Sie sind, die Souverän. Hier, auf der Erde. Ich habe nicht gesehen, ein OVNI. Ein was? Ein OVNI. Es hat irgendwie nichts wirklich Sinn ergeben. Es ist einer von diesen Filmen, wo man denkt, okay, die ersten zehn Minuten hätten gereicht, die letzten zehn Minuten hätten gereicht. Die Story da drin hat überhaupt keinen Sinn ergeben, denn jetzt, Spoiler, am Ende greifen sie sich die Empirien an. Das hätten sie auch schon nach zehn Minuten tun können. Sie machen es irgendwie nicht, man checkt aber auch nicht, warum nicht die Hühnern so umeinander rum. Es ergibt aber überhaupt keinen Sinn. Und am Ende greifen sie sich an und dann, zack, boom, bang. Großer Kampf am Ende und das war's. Und warum die sich jetzt angreifen, warum sie sich vorher nicht angegriffen haben, checkt man irgendwie nicht. Es gibt so ganz, so skurril, dass sie wieder lustige sind, Sequenzen, wo eine der Protagonistinnen trifft einen Jungen auf der Straße und auf einmal fängt er an, in so einer Roboterstimme mit ihr zu reden, in einer Fantasiesprache. Sau weird. Man muss einfach lachen, weil es so weird ist, aber es ist halt nicht wirklich lustig. War das so ein französischer Film? Jo. Alle haben französisch gesprochen. Muss man mögen. Man muss auch, alle die französisch sprechen, wissen vielleicht auch, wie weird manchmal französische Filme sind. Ist zumindest meine Erfahrung. Interessant an dem Film war tatsächlich, dass es zwei Leihendarsteller, also es gab zwei weibliche, zwei männliche Hauptrollen, die beiden männlichen waren Darsteller, die davor noch nie in Filmen gespielt haben. An sich irgendwie eine schöne Idee, das waren auch Leute, die jetzt vielleicht nicht leinwandtypisch aussahen, eigentlich cool, ein bisschen Diversität reinzubringen. Und das Problem war nur, ich als Laienzuschauerin hatte das Gefühl, darunter leidet die schauspielerische Leistung. Die fand ich nicht so gut. Auch netter versuchte Diversität, aber es gab keine Person of Color in diesem ganzen Film. Sonst irgendwas hat ein bisschen gefehlt. Es war eine abenteuerliche CGI. Ja, einziges Plus war tatsächlich die Optik, nämlich dass dieses Fischerdörfchen wahnsinnig idyllisch aussah. Und dass die sich ganz coole Sachen für ihre Raumschiffe ausgedacht haben. Spoiler, das eine Raumschiff ist zur Hälfte das Schloss Versailles mit allem, mit Pferden, mit Bäumen, mit allem und zur anderen Hälfte Raumschiff. Und das andere Raumschiff ist die Petite Chapelle, glaube ich, so heißt sie, in Paris auf der Ile de la Cité. Das ist so eine der buntesten gotischen Kirchen. Sah ganz cool aus, war so ein kleiner Gimmick, aber einen sinnlosen Film macht es nicht sinnvoller. Das war das Schlechteste, den du denn gesehen hast? Jo, ich muss auch sagen, ich habe noch nie so viele Leute während dem Film Aufstehen sehen. Also es fing schon nach einer Viertelstunde an. Ah ja. So sehr, dass ich die ganze Zeit sitzen geblieben bin, den Abspann sitzen geblieben bin, alles sitzen geblieben bin, obwohl es mittlerweile nach 12 Uhr Mitternacht war. Weil die mir fast ein bisschen leid taten, die den Film gemacht haben, weil es fast niemand mehr übrig war im Kino beim Applaus. Das heißt, du warst bei der Weltpremiere, weil es gibt manchmal also die Publikumspremieren, also Weltpremieren und dann die Presseverführung. Ich war bei Pepe, bei der Presseverführung, wo auch ein paar JournalistInnen irgendwann aufgestanden sind. Ja, und ich war da bei der Weltpremiere, wo es ein gemischtes Publikum ist aus beiden. Und Presseleute stehen tendenziell eher auf, weil sie einfach so Zeit, Zeit, ich muss zum nächsten Film oder Überschneidung haben. Da sind einfach alle aufgestanden. Tat mir ein bisschen leid. Nur du nicht. Kira aus Verantwortung für Jung, Naiv und euch. Manche sagen Verantwortung, andere sagen People Pleasing. Ja, die taten mir echt ein bisschen leid. Immerhin wurde da schon noch Arbeit und unfassbar viel Geld reingesteckt für ein, ja. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ist es vielleicht bezeichnend, wenn die beiden größten SchauspielerInnen, die eigentlich für das Projekt eingekauft waren, ausgestiegen sind. Angeblich laut Wikipedia, Topquelle, ist Adele Enel ausgestiegen. Die kennt man aus diversen französischen Filmen. Die Sängerin? Nee. Eine französische Schauspielerin, die eigentlich relativ populär ist und auch hinter die Kamera will und eigentlich ein Garant für eher Qualität ist. Und Lily Rose Depp, falls du die kennst. Die Tochter von Johnny Depp. Nein. Und Vanessa Paradis. Nein. Spricht für dich, aber ja, auch die ist ausgestiegen. Hat der Film irgendwas gewonnen? Ja, den Silbernen Bären. Don't ask me. Silbernen Bären ist zweiter Platz, oder was? Äh, ja. Der Preis der Jury, der Silberne Bär, ähm. Also, der hat, der, der aus deiner Sicht schlechteste Film, hat den zweitwertigsten Preis gewonnen. Mhm. Ja. Das ist die Berlinale. Ja, oder meine elaborierte Meinung. Andererseits, ich war ja scheinbar damit nicht alleine. Ja, wir haben ja offenbar keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran. Pepe fand ich auch nicht jetzt groß und ganz ein Grutze. Auch bessere Gie. Junge Naiv. Ich habe danach, äh, Black Tea gesehen, also zu deutsch, schwarzer Tee, äh, der wurde sowohl an der Elfenbeinküste, Mauritanien und in Taiwan gedreht, spielt aber hauptsächlich in, ich habe es mir aufgeschrieben, Guangzhou. Das ist in Südchina, das ist eine riesengroße Millionenmetropole und dort gibt es ein Viertel, das nennt sich Chocolate City, wo viele afrikanische Migranten leben und arbeiten. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Kurz Zusammenfassung. Es geht um eine Frau aus der Elfenbeinküste, die, so beginnt der Film, auf ihrer Hochzeit ist. Und sie und ihr Verlobter stehen vor dem Altar. Er sagt, ja, ich will. Dann überlegt sie kurz. Es wird dann eingeblendet, dass der Typ sie den Tag vorher noch betrogen hat. Und sie dann so, ich bin mit dir nicht glücklich und du bist mit mir nicht glücklich und dann sagt sie nein. Und dann ein großer Aufschrei und dann gibt es einen Cut nach China, wo sie dann fließend Chinesisch spricht und in der Chocolate City dort arbeitet, viele Freunde hat und so weiter und so fort. Und in einem Geschäft für Teeexport arbeitet. Und im Grunde wird dann bei diesem Film das Teetrinken zelebriert und ihr Chef, in den sie sich dann verliebt, beziehungsweise er sich auch in sie verliebt. Er ist natürlich ein 45-jähriger Chinese. Die verlieben sich dann dabei, wie er ihr die Kunst des Teemachens und Teeverfeinerns beibringt. Und wie man das von einem Ding zum anderen kippt und dann wie lange man das ziehen lässt. Und wann man das am besten trinkt und wie man das trinkt. Und dass man aus so einem, also ich trinke ja gerne Tee aus großen Behältern, dass man das aus so kleinen Behältern trinkt und man nur drei Schlücke nehmen sollte. Und der erste Schluck ist zum Genuss. Der zweite ist zum Dank an den, der den Tee gemacht hat. Und der dritte ist dann quasi das Genießen dieses Tees. Und ja, der Film will irgendwie, wollte irgendwie romantischer sein, als er am Ende ist. Es dreht sich im Großen und Ganzen auch um dieses Pärchen. Also der 45-Jährige, der sich in sie verliebt und in ihre ganzen Sessions. Trotzdem hat er noch ein paar andere Handlungsstränge, weil der Typ hat dann auch Kinder, die mit ihrem Laden arbeiten. Keiner weiß von deren Affäre oder Beziehung. Und dann kommt das natürlich raus. Und dann durch den auch vorher schon Rassismus in der chinesischen Gesellschaft ist das natürlich so wow, 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 wow. Gleichzeitig kommt dann raus, dass der Vater auch nochmal mit einer anderen schwarzen Frau, offenbar auch aus der Elfenbeinküste, noch ein Kind hatte, das in Afrika lebt. Dann ist irgendwann komisch, ob er während der Zeit mit Aya, also der Hauptdarstellerin, nach Afrika reist oder früher mal gereist und hat sein Kind gesucht. Gleichzeitig gibt es dann auch noch, weil das ja in so einer, wie gesagt, in dieser Chocolate City Einkaufsmeile passiert, gibt es dann auch noch andere Läden, die dann auch irgendwie nochmal Probleme haben. Und dann gibt es auch immer so Handlungsstränge, wo dann diese Verkäuferin von Reisekoffern irgendwie von ihren Eltern irgendwie auf irgendeinem Jahrmarkt angeboten wird und einen Ehemann sucht. Und das zerfasert alles so ein bisschen und ich finde den Erzählstil ziemlich einschläfernd. Und diese ganze Liebesgeschichte zwischen den beiden, mir ändert auch so ein bisschen drumherum und am Ende endet es damit, dass sie ihn verlässt und wieder dafür sorgt, dass er mit seiner alten Frau zusammenkommt. Und die Schlüsselszene ist dann irgendwie, die beiden sind bei ihm zu Hause, machen so ein bisschen rum und dann klingelt das auf einmal an der Tür und er dann so, scheiße, ich dachte, die kommen erst morgen. Und dann stehen seine Eltern und seine Ex-Frau vor der Tür und dann so, scheiße, und dann soll sie sich im Schlafzimmer verstecken und dann hört sie halt beim Abendessen zu, wie die Eltern, irgendwie ihre oder seine Eltern, so rassistische Sachen sagen, überschwarz in China. Und dann bekommt aber die Ex-Frau von ihm mit, dass sie da ist, weil sie sich dann so irgendwie laut gehen lässt in der Wohnung, aber alle anderen bekommen das nicht mehr. Und dann geht sie hin und dann machen die beiden rum. Hä? Ja, ja. Und du denkst so, hä, alles klar. Und dann ist der Film auch schon vorbei. Weil sie dann quasi ihn überredet, wieder zurück zu seiner Frau zu gehen, mit der sie gerade rumgemacht hat. Das klingt wie der Plot von einer sehr verwirrenden Rom-Com, gemacht zu einem langweiligen Film, der auch noch rassistisch ist. Nee, der Film thematisiert den Rassismus in China, was ich ziemlich gut finde. Also er spielt, er soll in China spielen, er wurde, glaube ich, in Taiwan gedreht. Darum ist er auch von Taiwan mitfinanziert worden. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass er in China natürlich finanziert und produziert worden ist. Aber er war auf jeden Fall viel besser als Pepe. Gleichzeitig, boah. Ja, okay, aber irgendwie rassistische Stereotype spiegelt er dann ja irgendwie trotzdem wieder. Oder nicht rassistisch, aber allein dieser Begriff Chocolate City und wie oft du den jetzt benutzt hast, ist irgendwie... Ja, also das ist halt das, dort wo die Afrikaner, also die afrikanischen Migranten arbeiten und leben und ausgebeutet werden oder mit Chinesen für Chinesen arbeiten. Aber ich fand eigentlich ganz gut, dass diese Kritik an dem Rassismus in der chinesischen Gesellschaft war, nicht nur subtil, sondern auch offen. Und das war ziemlich gut. Trotzdem ist der Film an sich... Ich muss den mir nicht nochmal angucken. Also eine 4- würde ich denen geben. Zwei Sterne. Ja, also Black Tea, falls das irgendwann mal bei euch auf Netflix auftaucht und ihr Sonntagnachmittags zu verkatert seid, guckt ihn an, er wartet nicht so viel. Welchen Wettbewerbsfilm hast du gesehen? Letzter Film aus dem Wettbewerb, heißt Wugter oder Fugter, heißt auf Deutsch Aufseher, geht um eine Gefängniswärterin, Sisse Babette Knudsen, keine Ahnung. Man kennt sie aus Borgen, ich weiß nicht, ob du... Dänisches House of Cards, kind of. Die Fans werde ich wahrscheinlich mit diesem Vergleich beleidigt haben, aber ist so eine schlummernde Art und Legende, die man gut mal wieder machen kann. Ist auch auf Netflix der Shit, obwohl schon über 10 Jahre alt. Genau. Sie spielt da mit, spielt eine Gefängniswärterin, die mitbekommt, wie ein Insasse eingeliefert wird in einen anderen Trakt, der ganz viel mit ihr auslöst, bei ihr auslöst, so sehr, dass sie sich in diesen Trakt, wo dieser Gefangene interniert ist, verlegen lässt. Ja. Godmorgen Timi. Du sobervagt? Ja ja. Hej Eva. Hej Arne. Y er det halve af X gange 4. 3 gange 4. Du ved det godt. 12. Und der englische Titel vom Film ist Sons. Kann man sich vielleicht denken, in welche Richtung das geht? Söhne. Söhne, genau. Er erklärt uns, in welche Richtung es ging. Spoiler, der Sohn in dem Trakt ist nicht ihr Sohn, hat aber ihren Sohn im Knast umgebracht. Kommt auch relativ schnell raus, ist nicht der härteste Spoiler. Genau. Und sie beginnt so einen kleinen Rachefeldzug, nachvollziehbarerweise. Lässt sich in diesen Trakt verlegen, beginnt so einen Rachefeldzug. Es hat so was bisschen fabelhafte Amelie mäßiges zwischendrin, weil sie ihm dann so ins Mittagessen spuckt und die Klappe wieder drauf macht. Solche Sachen. Das gerät aber irgendwann bei ihr so ein bisschen außer Kontrolle. Sie kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten und reagiert über, verprügelt ihn krankenhausreif und kommt so in eine gewisse Abhängigkeitssituation, weil er sich vorbehält, sie anzuzeigen wegen dieser Körperverletzung, außer sie gehorcht ihm. So verdreht sich die Macht. An sich ein ganz netter Plottwist, dass sie als Racheengel auf einmal zur Gefangenen wird. Von einem Gefangenen. Das war es dann aber auch. Das Spiel geht dann noch so eine gewisse Weile weiter. Irgendwann offenbart sie ihm, dass sie die Mutter von dem Typen ist, den er ermordet hat. Ist das ein Thriller gewesen? Ich glaube, es wurde als das tituliert, aber spannend war er eigentlich nicht. Irgendwie. Also gruselig nicht, spannend nicht. Aus welchem Land kam er? Dänemark, muss man dazu sagen. War auch auf Dänisch. Muss man mögen. Konntest du das Problem verfolgen? Ging so, ja. Kira hat dänische Sprachskills. Ja, aber auch französisch. Aber irgendwie ist es egal. Untertitel helfen dann doch irgendwie immer. Das ist das Besondere bei der Berlinale. Es laufen immer zwei Untertitel. Englisch und Deutsch. Ja, genau. Und Film endet dann damit, dass sie sich wieder in einen anderen Trakt verlegen lässt. Irgendwie ein nettes Gedankenspiel. Man denkt auch zwischendrin, boah, wenn sie das durchzieht, dann wird es interessant. Aber irgendwie hört der Film dann immer so rip auf, wenn es interessant wird. Und ein anderer Handlungsstrang ergibt sich. Wenn es ein ZDF-Spielfilm der Woche gewesen wäre, hätte ich gesagt, ganz nett, ganz gelungen. Für einen Film in Berlinale Wettbewerb war es mir ein bisschen zu lame, ein bisschen zu wenig. Auch einfach schauspielerische Palette. Dafür, dass es eigentlich um richtig krasse Emotionen in einem richtig krassen Setting geht, haben alle erstaunlich oft doof aus der Wäsche geguckt, fand ich. Und irgendwie so ein roughes Setting und dann diese, no offense, aber einfach ulkige dänische Sprache, war auch ganz unterhaltsam irgendwie. Aber war der jetzt gut? War das der Beste, den ihr gesehen habt von denen? Ich würde sagen, Hilde war besser am Ende. Also Hilde hast du ja auch empfohlen. Hilde habe ich empfohlen. Fugter? Bei Fugter würde ich sagen, Kino lohnt sich nicht, wenn der irgendwann mal bei Netflix kommt. Oder ich glaube, das ist eher so ein ARD-ZDF-Mediathek-Film. Dann kann man sich den schon mal gut geben. Allein, weil Sister Babette Knutzen einfach eine coole Sau ist. Aber ansonsten muss man nicht gesehen haben. Das waren unsere Wettbewerbsfilme. Im Großen und Ganzen, ich wollte gerade sagen Katastrophen, aber... Kommen wir jetzt zu den guten Filmen, die erstaunlicherweise immer nicht im Wettbewerb laufen. Jedes Mal, wenn ich im Wettbewerb war, war ich so, euer Ernst? Jedes Mal, wenn ich in einem anderen Film war, dachte ich so, warum läuft der nicht im Wettbewerb? Ich glaube, bei den Wettbewerbsfilmen, das müssen immer Weltpremieren sein. Und vielleicht ist es bei den anderen keine Weltpremiere oder so. Waren auch teilweise Premieren. Also zumindest von zweien weiß ich ganz sicher, dass sie Premieren waren, weil der eine erst zwei Tage vorher fertiggestellt wurde. Laut Aussage der Regisseurin. Erzähl, wo warst du noch? Also, was ich vorhin schon angeteasert habe, war Treasure. Ein Film, der eine Art verwandtes Thema wie In Liebe eure Hilde behandelt. Also im Zweiten Weltkrieg wieder? Ja, dieses Mal die nicht andere Seite der Medaille. Aber es geht um einen Holocaust-Überlebenden, der mit seiner Tochter Anfang der 90er zurück zu den Orten seiner Kindheit reist und ins KZ Auschwitz. Der Holocaust-Überlebende wird gespielt von Stephen Fry. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Britische TV-Legende. Die Tochter wird gespielt von Lina Dunham. Ehemalige feministische New York-Icon, die irgendwie den Weg hinter die Kamera gefunden hat und eigentlich da auch ganz gut aufgehoben war. Hatte auch ein bisschen vergessen, wie gut sie eigentlich auch vor der Kamera aufgehoben war. Ich war vollkommen positiv überrascht von ihr. Ich finde, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Did you see where he went? No, thank you. I asked you not to move, Dad. This is getting off to kind of a rough start. Ruthie, I want you to meet my friend. Stefan. Yeah, hello. His driver, the best driver in Warsaw. My pleasure to drive you. Welcome. Es ist ein sehr bewegender Film, der aber nicht mit Emotionen spielt, finde ich. Also das sehr rührend und fast ein bisschen kitschig zu machen, liegt nah. Ich finde, den Bogen haben sie sehr, sehr gut bekommen. Es dreht sich auch ganz, ganz viel darum, was mit diesen Orten passiert ist, nachdem die Jüdinnen und Juden enteignet wurden und in Lager gebracht wurden. Das fand ich eigentlich den interessantesten Part, wenn die Überlebenden und ihre Nachkommen zurückkommen und noch Sachen finden, die aber mittlerweile fast genauso am Schwein gehören, wie die Familien damals waren, bevor sie enteignet wurden. Nämlich irgendwie Leute, die in einer runtergerockten Infrastruktur wohnen. Und kann man das dann zurückverlangen? Will man das zurückkaufen? Das waren so Fragen, die ich zu der Thematik sonst noch nie gehört habe, fand ich ganz interessant. Interessant war auch, dass sie nicht in Auschwitz gedreht haben. Man darf nämlich auf dem Gelände vom KZ nicht drehen. Wusste ich nicht. Also gut, wusste ich nicht. Die haben vor den Türen gedreht. Und das wurde in einer Pressekonferenz gesagt, ansonsten auf dem Fußballfeld nebenan mit CGI. Die hat auch lange gedauert und war zwei Tage vorher erst fertig. Und der Film wurde wohl auf den letzten Drücker eingereicht von Julia von Heinz, der Regisseurin. Eine deutsche, die kennt man von Und morgen die ganze Welt. Ja, war ein netter Film. Ich war vollkommen positiv überrascht, muss ich sagen. Obwohl alles, was Stephen Fry anfasst, eigentlich Gold ist. Außer Hobbit. Fair. Fair. Aber dafür stehen die britischen Harry-Potter-Hörbücher für sich, meiner Meinung nach. Ja, genau. Eine Empfehlung kann man richtig gut gucken. Man kann sich... Ganz kurz, was war der Treasure jetzt in Treasure? Der Schatz? Ich würde sagen, Treasure war die Erinnerung wieder ausbuddeln, die über einem richtig, richtig dicken Bergschweigen vergraben wurde, von allen Seiten. Und empfiehlst du den zu gucken? Ja, auf jeden Fall. Gut. Genau. Und du hast da irgendeinen koreanischen Film gesehen, habe ich mitbekommen. Äh, ja. Ah, Beom Jo Do Si 4. The Roundup Punishment. Ist ein solider Actionfilm, gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ist ein solider Actionfilm. Kennt man, hat man schon gesehen. Eigentlich aus Amerika, dieses Mal aus Südkorea. Das macht ihn auch einigermaßen interessant, weil es mal ein anderes Setting ist. Aber ansonsten werden alle klassischen Motive eines Actionfilms, soweit ich das beurteilen kann, bedient. Es gibt einen Cop, der legendär ist, der gut ist, der aber auch so ein bisschen, der schlägt halt lieber zu, als zu diskutieren. Es gibt spektakuläre Sounduntermalungen, wenn der zuschlägt. Ähm, besonders daran war, glaube ich, wie euphorisch das Publikum war. Die Leute haben sich totgelacht über Slapstick-Comedy. Es wurde gekreischt im Kinosaal. Ungefähr die gegenteilige Reaktion von L'Empire. Ähm, das hat das, das hat die Stimmung aufgewertet, das hat den Film aufgewertet. Da merkt man mal wieder, warum man manchmal ins Kino gehen sollte und nicht alleine auf einer Couch hängen sollte. Aber ansonsten solider Actionfilm, der wie die meisten den Bechtel-Test. nicht besteht, das ist ja dieser Sexismus-Test, ähm, inwiefern Frauen vorkommen, ob sie eine, sehr alleinhaft wiedergegeben jetzt, ob sie eine alleinstehende Rolle unabhängig von Männern haben. Da gab es eine einzige Frau. Ansonsten, ja, wie so ein Actionfilm aus den 90ern mit allen Klischees. Ich habe bei Bechtel-Testen immer gemerkt, wenn es selbst zwei Frauen quasi in einer Szene gibt und die sich nur über andere Männer oder einen Mann unterhalten, bestehen die auch nicht in den Bechtel-Test? Ich glaube, es haben sich nicht mal zwei Frauen unterhalten. Oder ganz kurz. Wahrscheinlich haben sie sich angeschrien, dass sie fliehen mussten für irgendwelchen Männern, aber, ja. Das waren alle Filme? Das waren alle Filme, die ich gesehen habe. Gut, wir haben jetzt also von den 22.000 möglichen Filmen der Berlinale, ich habe zwei, drei, du hast acht, sechs? Sechs. Also ich glaube, acht Filme gesehen. Das ist unser Service hiermit gewesen. Nochmal, Black Tea und Paper müsst ihr euch nicht angucken, falls es irgendwann mal bei irgendeinem Streaming-Dienst auftaucht und ihr high seid. Viel Spaß. Den einzigen, den du wirklich empfohlen hast, war jetzt der Hilde-Film? Der Hilde-Film fürs Kino. Die Zeitverbrechen-Episode für die Mediathek wog da auch für die Mediathek. Und den Rest, falls ihr da irgendwie Special Interest habt. Genau. Und vielleicht sollten wir noch einmal kurz sagen, dass wir alle als Hausaufgabe, oder wir als Hausaufgabe mitnehmen und ihr vielleicht auch den Film zugucken, der den Goldenen Bären bekommen hat. Der Homie. Es geht um... Da habe ich versucht, Tickets zu bekommen und war zu spät. Jo. Sam, Sam. Da geht es um die Rückführung von geraubter Kunst aus Benin. Benin, Benin hieß früher der Homie, genau, aus dem Musée de Calbronly in Paris, hat den Preis bekommen. Eigentlich ganz passend, dass so ein Film in Berlin einen Preis bekommt, nachdem diese Humboldt-Forums-Diskussion sehr lange bei uns gewährt hat. Sehr ungewöhnlich, der Film dauert nur 67 Minuten. Oh. Was länger dauert, ist unsere Folge mit Benedikt Savoie damals, wo es um genau die Thematik geht. Wer nochmal einen Deep-Dive reinmachen will, bevor er den Film guckt. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, geht dieses Video auch länger als der Film. Ja. Gut, dann hoffe ich, dass unsere Berlinale-Berichterstattung einigermaßen zufriedenstellend war. Ich fürchte jetzt das Schlimmste in den Kommentaren. Ja. Ist ja keine Politik, war jetzt kein Interview. Aber welchen Account ihr anklicken müsst für exzellente Filmkritiken, wisst ihr auch. Also von daher. Ab zu Wolfgang. Aber Wolfgang war ja leider nicht bei der Berlinale. Das ist ja quasi unser Ersatz-Service. Wir sind der Vertretungsdienst und wir haben den Job freiwillig übernommen, also seid nicht zu hart mit uns. Danke, Kira. Das machen wir jetzt auftauchen. Du hast so ein Talent. Ja, vielleicht ein bisschen nicht über Filme. Vielleicht was, wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe. Mal sehen. Ich bin思考ern. Ich bin思考ern. Ich bin思考ern. All meine Informationen. Bevor ich sie Frage. Ich bin taking. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017